Ja, was denn noch? Ach, Blödsinn. Dann müssen wir, der Chinesen hat noch irgendeine kleine Frist aus dem Kreuz leiern. Nein, am Ende machen die das. Wir wissen ganz genau, was sie an uns haben. Lebe wohl, meine Liebe. Mensch, das, was ich nicht so anstelle, setz dich gefälligst durch. Die müssen uns eine kleine Frist geben. Du machst das schon. Tröckel. So, was muss denn noch? Mama? Mama? Wo ist eigentlich die Oma? Musst du noch mal schnell weg? Wohin? Ja, keine Ahnung, sie hat irgendwas erzählt. Ich hab auch nicht ganz kapiert, was sie meint. Irgendwas von krank und beten und dann ging's plötzlich um Madonna. So strange ist die schon. Moment. Sie hat gesagt, sie will zum Beten zur Madonna? So in der Art. Zur schwarzen Madonna? Mein Gott, so irgendeiner Madonna halt. Ist jetzt schwarz, gelb oder grün, ist keine Ahnung. Die schwarze Madonna ist in Altötting. Ja, genau, Altötting, das hat sie gesagt. Altötting ist 100 Kilometer weit weg. Wie? Vertragsstrafe. Die haben doch nur auf sowas gewartet. Ja, Horst, ich weiß. Hast du denn wenigstens... Und? Ich muss nach Männchen. Aber wir wollen dort noch zur Jungfrau. Das geht nicht, im Büro geht alles drum, drum, drüber. Die kriegen das ohne mich nicht hin. Aber wir brauchen dich. Ich muss das irgendwie retten. Sonst bin ich pleite. Du hast es versprochen. Ach, Quatsch. Ich hab gar nichts versprochen. Du bist einfach losmarschiert. Du hast gesagt, du hilfst mir. Nein, Mama. Du glaubst, du bist der liebe Gott. Du schiebst ihn wieder herum, Baby. Der Stefan war da ganz anders. Du warst anders, Mama. Du warst anders. Früher. Hallo. Das stimmt jetzt nicht. Was machen Sie da? Mama. Wie machen wir heute den Umzug? Ich zieh nicht um. Du vergisst das. Seit wann ist das denn ein Verbrechen? Wo ist eigentlich die Oma? Dann musst du nochmal schnell weg. Moment. Die hat gesagt, sie will zur schwarzen Madonna nach Altötig. Jeine Mutter ist auf Wallfahrt. Wenn du nicht sofort einsteigst, dann fahren wir los und lass dich hier alleine. Bitte, Mama. Steig ein jetzt. Mama, bleib stehen. Jetzt sofort. Scheiße. Mama, bleib da auf. Pass auf deinen Bruder auf. Da ist der Herr da eurer Sohn. Woher denn? Wo ist halt Ötting? Da. Da. Marie. Dir geht es doch nur darum, mir eins auszuwischen. Bis der Oma dabei geht, ist dir völlig wurscht. Mama, wo bist du denn jetzt hin? Steig auf. Sofie. Schauf. Ja, da bist du kein richtiges Mal. Was sollen die denn überhaupt? Das wüsste ich auch gerne. Aber da erfahren gehen müssen sie. Komm, Mama. Mama! Was glaubst du, warum renne ich mit dir hier durch die Weltnis? Woher soll ich das wissen? Das Telefonieren wert der Fahrt ist verboten. Wollen wir nicht lieber versuchen, den Papa zu finden? Geh, der Papa ist doch schon lang tot. Nein, nein, Papa. Als ob du einen anderen Papa hetzt als ich.